Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch hier ganz herzlich. Es gibt ein Thema, das mich schon seit längerem befasst hat. Es handelt sich um Strahlung. Man hört heutzutage sehr oft in den Medien darüber, jetzt auch neuerdings über 5G. Und ich habe mich, wie gesagt, damit befasst und bin dann auf eine Lösung gestoßen. Diese Lösung heißt für mich momentan G-Technologies mit Harden Tears. Und wir werden darüber sprechen in einem Webinar. Und hier werden viele Antworten zu Fragen gegeben. Zum Beispiel, soll ich nachts meinen Whelan ausmachen, wenn ich schlafe? Wie schädlich ist Handy-Strahlung wirklich? Und was kann ich dagegen tun? Das sind sehr, sehr wichtige Themen, die offen stehen und die in diesem Webinar beantwortet, ganz neutral beantwortet werden können. Also meldet euch bitte an für das Webinar und ich hoffe, wir sehen uns dann. Vielen herzlichen Dank und bis bald.